Mit der Monoblock Wärmepumpe Rico Compact Exclusiv erweitert Weiland in diesem Jahr den Bereich der innen aufgestalteten Wärmepumpen. In diesem Fall als Kompaktgerät mit einer All-in-One-Lösung. Das bedeutet, dass wir sowohl Heizen, Warmwasser, Lüften und auch Frischluft in einem Gerät vereinen. Damit erweitern wir zudem die Linie der Exclusiv-Serie, die für besonders nachhaltige, effiziente und vernetzte Systeme stehen. Effizient sind zwei Beispielpunkte zu nennen. Zum einen haben wir einen modulierenden Kompressor in einer Inverter-Technologie. Das bedeutet, es wird nur dann Wärme produziert, wenn sie auch wirklich benötigt wird. Und zum anderen haben wir eine Zwei-Wärmerückgewinnung. Das bedeutet, dass die Abluft des Gebäudes für den Wärmepumpenprozess erneut genutzt wird. Das Gerät wird in drei Leistungsgrößen angeboten, 3, 5 und 7 kW und ist damit klassisch für den Einsatz im Einfamilienhaus im Neubau präsentiert. In dieser Kompaktanheit befinden sich alle Komponenten in einem Gerät. Da haben wir zum einen die Wärmepumpeneinheit auf der rechten Seite, als auf der anderen Seite die Lüftungsanlage Recouvert, als auch den Warmwasserspeicher mit 225 Liter. Besonders zu erwähnen ist die Aufstellung des Gerätes. Wir arbeiten hier mit dem Split-Mounting-Konzept. Das bedeutet, dass das Gerät getrennt eingebracht werden kann und eine Eckaufstellung, aber auch als Wandaufstellung benutzt wird. Dabei benötigen wir nur einen Wandabstand von maximal 10 Zentimetern. Das ermöglichen wir deshalb, weil wir bei möglichen Wartungsarbeiten halt komplett von vorne das Gerät servitieren können.